hey liebe leute es ist montag startet der neue turnier tag der erste turnier tag erster kampf tag steht oben bonus booster alle boni fügen einen angriffsmultiplikator hinzu fünf sterne blau ist raus sprechend haben wir auch wieder heute eine mono dev in der farbe rot gestellt gucken mal wie es lief wir haben schon zweimal verloren na gut noch mal schauen was es für uns bereithält hier hatte ich auch ich musste mal posieren weil ich niesen musste das team noch mal im zweiten turn umstellen sobald ich gar nicht reingehen was ist passiert mal gucken was geht natürlich natürlich nimmt er hier weg trotzdem hat es noch geklappt so schön 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 so dann werden wir mal umstellen nee das wollte ich mal ich hab mal gelb gelassen ich frage mich wo wer das ganze lila gepachtet hat hier ist ja anhört jetzt kommen die lilansteine pünktlich wenn grasul auslöst ich frage mich keiner auslöst ich danke ich i el ab Ja, auch das wird es geben. Kommt kein Lila, kommt kein Lila. Ich kann das beste Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das beste Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das beste Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das beste Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das beste Tier in der Welt dran knallen. Da gab es gar nicht so viel zu sagen. Ich kann das Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das nicht so viel zu sagen. Ich kann das Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das Tier in der Welt dran knallen. Ich kann das Tier in der Welt dran knallen. Ich habe mein Team nicht so aufgestellt. Das ist jetzt der Angriff, also Buffs Mega-D. Also mein Team besitzt keine Buffs, außer die Elemental Links. Ich weiß nicht mehr, ob die mit da reinziehen. Aber das ist für mich auch nicht wichtig. Wow, das hätte ja auch mal mit 21. Truppe für Kuhnchen reichen können. Ja gut, wir müssen gucken, dass wir sie ganz scharf 23 bringen. Ja gut, wir müssen sie ganz scharf. Ja, das können wir jetzt raufhören. Können wir mich jetzt raufhören. Ka-ching. Genau, weil es aber keinen Sinn macht, was soll man ewig weiter düsen. 50%? Ja, wow. Naja, alles absolut. Entspalmungsvolle